Hallo ihr Lieben! Hier ist euer Muffi Puffi mit einer neuen Folge von Dino Metal TV. Ich hoffe, euch geht es gut bei dem tollen Wetter draußen. Ich habe auch die ganze Zeit im Pool abgehangen und trotz dem tollen Wetter habt ihr mir so viele super schöne Bilder geschickt von uns Dinos und dem Drachen natürlich. Ich habe mich total über die Bilder gefreut. Ja, war nicht so einfach sich zu entscheiden, wer das schönste Bild gemalt hat, aber das machen wir am Ende und dann sage ich auch, wer gewonnen hat. Ja nochmal vielen Dank für die Einsendungen und ich möchte mich auch noch mal bedanken für die vielen tollen Tanzvideos, die ihr mir letzte Show geschickt habt. Die waren super. Und dann war bei den Videos ein Video von Mia und Max. Das sind Geschwister und die haben überhaupt nicht getanzt. Nein, die haben ein Musikvideo gedreht zu unserem Song Zuhause so viel Spaß. Das fand ich so toll, das Video, da ich euch unbedingt einen Ausschnitt daraus zeigen wollte. Und hier sind Mia und Max. Morgens stehen wir ganz spät auf. Keiner geht weg, alle bleiben zu Hause. Oh Mann, wie siehst du denn aus? Ich trag den ganzen Tag Pyjama, wie ich mag. Lange Zeit, Millionen Jahre schon, hielten wir es aus, hier drin zu wohnen. Und warum, das weiß doch jedes Kind, weil wir gern für heute sind. Papa baut im Wohnzimmer ein Zelt. Unsere eigene Welt. Mama hat uns Kekse hingestellt. Wir haben zu Hause so viel Spaß. Und alle, die uns lieben, das Spaß. Musik 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 Ja,works Was für ein cooles Video. Da habt ihr ja tolle Ideen gehabt. Und wenn ihr anderen das Video mal in ganzer Länge sehen wollt, dann geht doch auf unseren YouTube-Kanal. Und dort stellen wir das rein und dann könnt ihr euch das ansehen. Ja, und die Milli, die hat ja auch so tolle Ideen. Könnt ihr euch erinnern? Letzte Woche, da hat die so was gemalt für ein T-Shirt oder so. Da wollte die uns heute noch was zu zeigen. Ich glaube, die hat da weitergemacht. Soll doch mal gucken. Milli? Boah, hab ich heute viel gearbeitet. Und diese Türe, die ist so klein, können die keine großen Türen bauen für uns Dinosaurier? Naja, willkommen erstmal in meinem Atelier. Schön, dass ihr wieder da seid. Letztes Mal habe ich doch dieses Bild für mein T-Shirt gemalt. Ich habe das dann am Computer nachgemalt und bin damit in die Druckerei gegangen. Die haben mir ein wunderbares, wie nennt man das? Einen Prototypen haben die mir gedruckt. Da gefiel mir aber das Silber noch nicht. Deswegen habe ich da jetzt noch Glitter drauf gemacht. Und jetzt gefällt mir das super gut. Schaut es euch mal an. Na, wie gefällt es euch? Mein erstes Girly-Shirt. Oh, ich liebe diese Farben. Ich muss euch was verraten. Der Riffi hat mich angerufen und mir gesagt, dass wir bald wieder live spielen dürfen. Ich freue mich so. Ich habe schon ganz viel Klavier gespielt, dass das super wird mit euch. Und was ich mir überlegt habe, wir haben ja immer diesen T-Shirt-Stand. Und jetzt frage ich mal die Jungs, vielleicht kriege ich meine eigene Ecke. Könnt ihr euch vorstellen? Eine eigene Millie-Kollektion. Und auch in unserem Heavy Saurus Online-Shop könnt ihr ab heute Abend Girly-Shirts von mir bestellen. Ich habe auch eine Idee, was ich noch machen kann. Wo sind die denn? Ah ja, wieder durch die Tür. Na, was meint ihr? So ein Tü-Tü, wie ich es auch live auf der Bühne trage. Mal schauen, welche Farben da passen könnten. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das sind auch coole Farben. Na, schauen wir mal. Das muss ich dann noch entscheiden. Und das gibt es dann auch bei meiner Millie-Kollektion am Merchandise-Stand bei den Live-Shows. Wenn ich die denn bekomme. Aber ich kann die Jungs bestimmt davon überzeugen. Und bis dahin, adieu. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auf einem Live-Konzert. Oder wieder hier in meinem Atelier. Tschüss. Ja, super, Millie. Das ist ja cool geworden, das T-Shirt. Ja, da freuen sich bestimmt die Kleinen und die großen Fans drauf. Und wenn du dann noch die ganzen Tü-Tüs machst und Schmuck, was du alles vorhast für deine Kollektion. Da bin ich mal gespannt. Und wisst ihr was, liebe Kinder? Bald dürfen wir ja wieder live spielen. Und dann ist das bestimmt cool am T-Shirt-Stand in der Ecke, wenn Millie da ihre eigene Kollektion verkauft. So mit einem großen Millie-Bild und so. Ha, das wird bestimmt cool. Und ich kenne noch eine Band, die bald wieder ganz, 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 ganz viel live spielen werden. Weil die sind super bekannt. Und die habe ich heute in dieser Show als Gäste. Die waren schon Moderatoren. Nee, nicht Moderatoren. Wie heißt das? Sieht da was? Ah, Jury bei The Voice Kids. Und ich glaube, dass alle die kennen. Bin mal gespannt, ob ihr die auch kennt. Hallo, herzlich willkommen bei DINAMETAL TV. Cool, dass ihr heute hier seid. Hallo. Sehr gerne. Ich habe was für euch vorbereitet. Hört mal zu. Hey, liebe Freunde. Willkommen hier bei mir. Ich bin ja eigentlich ein Heavy-Metal-Tier. Ich wollte mal probieren, ob ich auch rappen kann. Zumindest war es gereimt und jetzt seid ihr dran. Das war doch cool. Wir legen auch einen hinterher. Wie war es in den Ferien? Gut. Was hast du da erlebt? Viel. Wie war es mit den anderen? Gut. Und was habt ihr so gemacht? Gespielt. Wie war das Wetter? Gut. Wie war es am Strand? Gut. Wie war das Essen? Gut. Ey, du hast gerade was vergessen. Na gut. Wie war das Essen? Gut. Wie hat es dir geschmeckt? Gut. Wie war es zubereitet? Gut. Wie war der Tisch gedeckt? Gut. Wie hast du gegessen? Gut. Wie hast du verdaut? Gut. Wie schmeckte der Nachtisch? Gut. Und was gab es überhaupt? Weiß ich nicht mehr. Ihr habt den Battle-Wall gewonnen, muss ich mich geschlagen geben. Du würdest in jedem Metal-Battle gegen uns gewinnen. Metal-Battle? Ja, hoffe ich. Klingt gut, ne? Ja, Metal-Battle. Gefällt uns. Ihr seid ja ganz schön bekannt, ne? Aber unsere richtigen Die-Hard-Metal-Fans, die kennen euch vielleicht nicht so. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen für die? Liebe Die-Hard-Metal-Fans, wir sind die Band Deine Freunde. Und wir machen Musik für die ganze Familie. Das kann man so sagen. Und machen Hip-Hop-Musik. Also bei uns sind keine Gitarren auf der Dine. Selten, ne? Sehr selten. Wer hat mal welche? Kommi-Gitarren. Wer hat mal welche aus Plastik, aber die würden echten Metal-Fans, glaube ich, nicht reichen. Die hättest du wahrscheinlich ein bisschen uncool gefunden. Wahrscheinlich schon, ja. Wir Metal-Dios, wir machen ja Rock und Heavy Metal und so. Eure Musik finde ich richtig cool, da kann man richtig cool mitgehen. Aber wolltet ihr schon immer rappen oder wolltet ein paar von euch auch mal so Heavy Metal singen oder so? Ja! Mach nochmal, bitte. Ja! Können wir mal probieren? Ja! Wow! Ihr macht die falsche Musik. Ne, ihr spielt noch falsche Dance. So ist besser. Wir haben es noch nie probiert. Wir haben es noch nie probiert mit dem Metal. Aber es ist eigentlich eine ganz gute Idee. Finde ich schon Spaß. Und wir versuchen ja auch gerne mal unterschiedliche Sachen. Also es ist nicht immer Hip-Hop bei uns. Es wird auch viel gesungen. Lukas singt sehr viel. Aber es ist oft poppig. Richtig rockig bisher noch nicht. Stimmt, aber ich muss auch sagen, ich glaube, das wird bei uns nichts. Weil Lukas hat oft die Haare kurz und Flo hat teilweise gar keine Haare mehr. Stimmt, wir können nicht moschen. Wir können nicht moschen. Aber ich muss sagen, ich bin schon immer Dino-Fan gewesen. Wisst ihr? Also immerhin, wenn ich auch kein Metal-Fan war, Dino-Fan war ich schon immer. Und wenn früher was im Fernsehen über Dinos kam, dann habe ich mir immer die 3D-Brille, die in der Fernsehzeitung war, aufgehoben und habe Dinos geguckt. Hast du dir auch die ganzen Namen gemerkt? Ja, natürlich. Stegosaurus, Brontosaurus, T-Rex, Raptoren. Dann gab es noch diesen hier mit der Krause. Was ist das? Das ist Amadeus Mozart. Ja, genau. Ja, unsere Milly Pilly ist so eine. Du meinst ein Triceratops wahrscheinlich. Ja, da haben wir eine hübsche Triceratops-Dame in der Band. Ja, die haben wir auch schon gesehen. Die ist wirklich sehr hübsch. Ich habe so ein paar Konzerte von euch angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass ihr gar keine richtigen Instrumente spielt. Ja, Plastikgitarren vielleicht. Wie macht ihr denn das im Studio und auf der Bühne? Wo kommt das alles her? Bei uns steht da Verstärker und es ist laut. Wie macht ihr das? Was kommt das alles hier aus diesen vier Augen? Ja, ich meine, heutzutage kommt das ja quasi als... Ist das da eigentlich ein Computer? Da steht das im Fernseher bei dir, ne? Das ist ein richtig schöner, alter Röhrenfernseher aus der Steinzeit. Ja, das ist ein Komodoro-Saurus. Ja, das ist ein Komodoro-Saurus. Und bei uns kommt aber auf jeden Fall die Musik von Pauli. Das ist nämlich unser DJ. Und der hat was Ähnliches wie zwei Plattenspiele auf der Bühne. Das stimmt. Und da kommt bei uns die Musik raus. Und wenn wir im Studio sind und die produzieren, dann spielt Lukas ganz viel übers Keyboard ein. Also darüber kann man ja auch Drums oder andere Instrumente einspielen. Das klingt ja gar nicht immer nach Keyboard. Wenn wir mal einen echten Bass brauchen, und den brauchen wir gerne mal, dann rufen wir unseren Kumpel Arne an. Das stimmt, aus Berlin. Arne aus Berlin. Arne aus Berlin. Und der spielt uns einen richtigen Bass ein. Und ich habe sogar schon einmal bei einem Song von uns echtes Schlagzeug eingespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. Wir haben so einen Song, der heißt Kaugummi. Wir singen ja auch über Kinderthemen immer. Und da drehe ich immer völlig durch auf der Bühne. Habt ihr auch so einen Song, wo ihr völlig durchdreht, weil er euch so gut gefällt? Oder haben wir mehrere. Aber wir haben einen, der vielleicht so ähnlich ist. Der passt vielleicht zu eurem Kaugummi-Song. Der heißt Der Dummi mit dem Flummi. Da geht es um Flummis, die man sich aus dem Automaten zieht. Und sie dann viel zu schnell wieder verliert. Also wenn man sich so einen Flummi aus dem Automaten holt, hat man ihn ungefähr fünf Minuten lang. Und dann ist er weg. Und darum geht das Lied. Kommt gut mit Kaugummi vielleicht, ja? Ja, Kaugummi, der Dummi mit dem Flummi. Vielleicht geht da mal ein Feature oder so. Ja, das können wir aber machen. Wir sind zu allen Schandtaten bereit. Definitiv. Habt ihr dann mit dem Reisebus gefahren? Oder wie? Nee, wir fliegen doch mit dem UFO. Mit dem UFO? Wir haben so einen Raumschiff. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, daraus ist auch der Kommunikosaurus noch. Aus dem Raumschiff, mit dem wir da abgestürzt sind. Als wir das letzte Mal aus dem Studio zurückkamen. Oh, da ist alles da rausgegangen. Stimmt, auf euer UFO waren wir schon immer so ein bisschen neidisch. Tja, wir durften ja im letzten Jahr überhaupt nicht spielen. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und wir haben das total vermisst wegen der blöden Corona. Aber ich habe gesehen bei euch ab Juli, ihr spielt ja fast jeden Tag. Ja, wir sind jetzt wieder unterwegs. Also wir hoffen es. Wir glauben inzwischen schon dran, dass wir jeden Tag spielen. Und wir hoffen das sehr. Und es sieht alles gut aus gerade. Es sieht gut aus, dass wir zumindest an den Wochenenden unter ganz besonderen Bedingungen Konzerte spielen können, auf die wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Uns geht es da wie euch. Wir vermissen die Bühne natürlich unendlich doll. Wir vermissen unser Publikum. Wir können es kaum erwarten, dass es jetzt wieder losgeht. Was habt ihr die ganze Zeit so gemacht, wenn ihr nicht spielen durftet? Ja, also wir haben jetzt gerade, proben wir ein bisschen. Und wir haben im letzten Jahr auch ein Weihnachtsalbum gemacht, weil wir ja die ganze Zeit drin eingesperrt waren und nicht so richtig raus durften. Und dann haben wir die Zeit genutzt und ein bisschen Weihnachtsmusik gemacht. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr Eier gelegt, Neuer? Das war mal mein Proberaum hier. Den habe ich umgebaut, um ein bisschen mit den Fans zu reden und so. Sehr gut. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Ich habe dieses coole Video von euch gesehen, alles nur geklaut. Ich habe mich ja totgelacht. Das ist so lustig. Aber mal unter uns. Warum habt ihr da Frauengleider an und Stickgefüße im Gesicht und so? Das habe ich nicht verstanden. Hallo? Du bist stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben. Wir dachten schon, die Asteroiden kommen. Ja, das kann sein. Also, alles nur geklaut ist ja eigentlich ein ganz bekanntes Lied von den Prinzen. Aus den 90ern. Vor 30 Jahren, genau. Und da haben die schon ein Video gedreht. Und die haben dieses Video von damals einfach genau nachgedreht. Und da haben leider mehr Leute mitgespielt als wir. In verschiedensten Kostüm, die Prinzen sind ein paar mehr. Und jetzt mussten wir in alle diese Rollen von damals schlüpfen. Und deswegen haben wir da Frauengleider an. Aber fandst du nicht, dass uns das gestanden hat? Fandst du uns? Fandst du uns? Total, ihr dürft bei mir auch mal saugen kommen. Meine Dino-Höhle hätte es sicherlich nötig. Ja, das machen wir. Kein Problem. Wir kommen vorbei, singen sogar noch ein bisschen dabei. Ich meine, ihr Dino seid jetzt ja wahrscheinlich nicht so mit Verkleiden. Aber wir verkleiden uns sehr gerne. Ja. Das ist cool. Die Menschen machen das gerne. Die Menschen verkleiden uns total gerne. Ich weiß, das ist kein Dino-Ding. Für euch ein bisschen zu uncool. Aber wir mögen das noch. Ja, das freut mich. Ich hoffe, ich erkenne euch dann, wenn wir uns mal treffen, wenn ihr verkleidet seid. Das hoffen wir auch. Wir zwinkern dir dann zu. Oh, rechts oder links? Links, zweimal links, einmal rechts. Zweimal links, einmal rechts. Zweimal links. Links von euch? Also euer linkes Auge. Und unser links. Stage left. Boah, das soll ich mir merken. Zweimal links, einmal rechts. Kriegen wir hin. Super. Wir erkennen uns schon wieder. Super. Hey, super schön, dass ihr da wart, ihr Lieben. Ich fand's super mit euch. Ich wünsche euch ganz viel Bock bei den Konzerten. Hofft, dass die stattfinden. Und wenn ihr mal einen Metal-Song macht, denkt an uns. Meldet euch einfach. Wir sind dabei. Garantiert. Auf jeden Fall. Und wir wünschen euch auch alles Gute. Bis bald. Wir hoffen, dass wir uns noch mal stattfinden. Ciao. Tschüss. Ja, das sind ja coole Jungs. Die Freunde hier. Wahnsinn. Und das mit dem Rappen. Jo, jo, jo. Das muss ich noch ein bisschen üben. Aber vielleicht machen die ja wirklich mal einen Heavy-Metal-Song. Das wäre cool. Und vielleicht fragen die uns dann, ob wir die Band sein wollen. Ja, dann wäre ich sofort dabei. Ah, wenn wir schon bei Heavy-Metal sind. Ich soll euch ganz, ganz lieb grüßen. Vom Doktor, 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 Doktor. Professor, Doktor, Professor, Herr Metal-Dinosaurier, Heavy-Sauros. Der ist leider heute nicht hier, weil der ist auf einem interstellaren Heavy-Metal-Symposium bei unserer UFO-Werkstatt um die Ecke. Und das ist natürlich mega wichtig für die internationale Heavy-Metal-Forschung, dass da auch alles vorangeht. Aber als Ersatz habe ich eine tolle Überraschung für euch. Und zwar gibt es heute hier einen Ausschnitt zur Premiere von unserem neuen Musikvideo. Und das heißt, Dinos wollen euch tanzen sehen. Bitteschön! Wir wollen euch alle zum Hüpfen bringen. Ja, das war natürlich nur ein kurzer Ausschnitt aus unserem neuen Video. Aber direkt nach der Show könnt ihr in unserem YouTube-Kanal das Werk in voller Länge anschauen. Viel Spaß dabei. Und vielleicht spielen wir den Song ja auch bei den nächsten Live-Konzerten. Die ja bald wieder anfangen. Oh mein Gott, da fällt mir was ein. Wir haben ja Probe und ich muss noch Kartoffeln besorgen für das Mammut-Gulasch. Ähm, ich muss die kurz holen. Ich komme gleich wieder. Wartet bis gleich. Lass uns ein Lied singen, damit sie uns Futter bringen. Raaaaaah! Wenn ich aufsteh so wie immer und ich springe durch mein Zimmer, zeigt auf einmal mein Gewiss, wie wild zu klappern an. Hey, was soll denn das jetzt heißen? Vielleicht brauch ich was zu beißen. Irgendwas müssen die Kiemen, dass ich kommen kann. Ich brauch auf der Stelle ne Frikadelle, mit Dick-Mitella, die fress ich aus. Ne Karbonade und ne Kohlroulade, mit Dick-Banade und mit Fahnen oben drauf. Futter, ganz viel Futter, wir haben immer Hunger. Wir wollen Futter, ganz viel Futter, wir werden schon wieder dünner. Die Luft stopfen alles rein, was geht. Oh, wenn sich der Hoseklopfer dreht. Wo mein Bauch fängt an zu grollen, als ob Welsen im Rollen. So ein klitzekleiner Nachtisch passt doch immer rein Wie zehn Millionen Explosionen fühlt es sich im Magen an Kleines Schlädchen, ein halbes Skündchen Und danach fangen wir dann wieder an Futter, ganz viel Futter Wir haben immer Hunger Wir wollen Futter, ganz viel Futter Der Magen wird immer schlimmer So, da bin ich wieder Ja, hat ja zum Glück noch geklappt mit den Kartoffeln Ein Dank an den Kartoffellieferanten Jetzt müssen wir nicht hungern beim Proben Ich bin noch ganz außer Puste So, ich habe gerade auf dem Weg vom Kartoffelwegpacken hier in den Proberaum Habe ich eine E-Mail bekommen mit einer ganz tollen Nachricht Könnt ihr euch erinnern, dass wir auf der letzten Saltatio Mortis Jubiläums CD haben wir ein Lied gespielt, das heißt Dino-Freunde Und davon gibt es jetzt eine Online-Single Und die ist ab sofort auf allen Streamingdiensten zur Verfügung Da könnt ihr euch die anhören Und jetzt liebe Eltern und liebe Kinder Jetzt wird es spannend Wir kommen zurück zum Malwettbewerb Ihr habt mir ja so viele tolle Bilder geschickt Auf den habt ihr uns alle gemalt Und ihr habt es toll gemalt Und die Bilder von den ganz Kleinen Die sind so süß Und von den Großen Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden Das war wirklich, wirklich schwierig zu entscheiden Und deswegen habe ich erst mal die Jungs und Millipilli gefragt Was ihnen am besten gefällt Und wir haben diskutiert Und dann haben wir noch andere Freunde gefragt Und es war wirklich schwierig Aber am Ende habe ich mich dann entschieden Für das Bild von Trommelwirbel Tore Herzlichen Glückwunsch Tore Dein Bild hat mir am besten gefallen Tore ist sechs Jahre alt Und hat Mr. Hevisaurus gemalt Weil das sein Lieblingshevisaurus ist Und deswegen bekommt er von mir Das Blüschtier von Mr. Hevisaurus als ersten Preis Herzlichen Glückwunsch Und alle anderen Bitte nicht traurig sein Eure Bilder waren so super schön Die haben mir so gut gefallen Deswegen habe ich mir überlegt Jeder von euch bekommt von mir Einen Rabattgutschein per E-Mail geschickt Damit könnt ihr dann auf der Homepage Metal-Kids.com Alle Hevisaurus Produkte einkaufen Zum reduzierten Preis Die haben da solche tolle Babysachen Das ist voll süß Dieser Strampler Der gefällt mir toll Und die haben da auch normale T-Shirts In allen anderen Größen Für euch So Und weil eure Bilder Alle so super sind Habe ich mich entschieden Eine Galerie auf Facebook zu machen Wo ich die hochlade Und dann kann die ganze Welt Eure tolle Bilder sehen Ist das nicht super? Und das war es auch schon wieder Mit dieser Folge von Dino Metal TV Genießt das tolle Wetter Springt ins kalte Wasser Esst Unmengen von Mammut-Gulasch Trinkt Milkshake Und vor allem eins Hört Heavy Metal Das war's Euer Muffi Puffi Tschüss Tschüss Einen Der So Bastien Ufowelstatt Weltraum Kraftstation Flugzeug Atomung War 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 Salon Wir können Wirklich alles Repartieren Oh Yeah Motorbühlen Müsse Erdbeis Ja Das alles Gibt es Gitt zum Schnäppchen heiß und dazu eine Tasse grünen Tee.